Um erfolgreich zu gründen, solltet ihr euch auf keinen Fall unterkriegen lassen, sondern immer am Ball bleiben. Wenn ihr eine Idee habt, verfolgt sie. Aber am wichtigsten ist am Ball bleiben, sich nicht unterkriegen lassen und einfach weitermachen. Mein Name ist Julia Köperlein. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Context Lab und habe vor allen Dingen die Aufgabe der Kreativdirektorin dort. Wir haben beim Context Lab einfach gemerkt, dass es komplexe Themen gibt, also ob das tagesaktuelle Zeitgeschehen ist, Bildungsinhalte oder auch meinetwegen Unternehmensinhalte, die nicht so leicht zu vermitteln sind. Dafür haben wir eine Plattform entwickelt, in der wir quasi die Kontexte, die Zusammenhänge von dem Wissen visuell darstellen und wo die Nutzer dann eben spielerisch eintauchen können, um darin dann sehr viele zusätzliche Informationen zu finden. Das besonders Spannende am Online-Journalismus würde ich sagen, ist, dass wir jetzt gerade in einer unglaublich spannenden Zeit sind, in der es einfach viele Möglichkeiten gibt, die man austesten kann, um neue Wege zu finden, wie man Inhalte besser an die Menschen heranbringt, heranträgt. Und wir stecken mittendrin mit auch unserer Technologie einfach neue Wege auszuprobieren.